Das Leben ist keine Generalprobe. Soweit wir wissen zumindest, ist dieses Leben das einzige Leben, das wir haben. Unsere Zeit hier ist begrenzt und relativ einzigartig. Trotzdem, obwohl wir das wissen, tun wir jeden Tag meistens so viele Dinge, die uns keinen Spaß machen und die uns gar nicht wirklich so wichtig sind. Wir verbringen den ganzen Tag mit sinnlosen, belanglosen Dingen und die Dinge, die uns wirklich Spaß machen, die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, die machen wir nicht. Oder wir haben am Ende des Tages einfach keine Energie mehr, weil wir den ganzen Tag eben all diese sinnlosen, belanglosen Dinge getan haben, die uns nicht wirklich wichtig sind. Warum machen wir das? Nochmal, das Leben ist keine Generalprobe. Nutze deine wertvolle Zeit, denn Zeit ist das einzige im Leben, was wir nicht mehr zurückbekommen. Nutze deine wertvolle Zeit für die Dinge, die dir Erfüllung bringen.